hallo herzlich willkommen zurück zu minecraft vize beast hallo wir sind mal wieder nur zu dritt gabriel der letztes mal dabei war hat heute mal wieder unitechnisch keine zeit und ja kanzler weiß nicht er hat nicht geantwortet ja egal was soll's was soll es genau ich werde jetzt mal mein dach zu ende bauen und dann dann gehe werde ich auf eine reise mich begeben aber zuerst mache ich dir deine spitzhacke das war ganz cool dann kriegt er nämlich jetzt von mir erstmal eine diamanten spitzhacke spendiert die ich dann nachher von ihm wiederkriege ja so dass ich keine sticks habe cool also ich habe die diamanten spitzhacke einfach mal diamanten verballert ich werde ich werde jetzt die nächste zeit keine diamanten brauchen weil ich kann auch alles mit eisen herstellen ja klar das ist mir das ist mir eigentlich egal nein ich du weißt doch was ich vorhabe oder klar also ab nach und verzauberungs tisch das ja und dann so spitzhacke da reinlegen wo haben wir die 30er und was wolltest du haben also haltbarkeit ich habe effizienz ich habe effizienz 4 drauf und was noch nichts da gut die brauchst du da nicht dann habe ich jetzt eine ich habe eine mit effizienz 4 und haltbarkeit 3 also ja alles klar gut dann mache ich mir jetzt noch gewesen ja gut was wollte ich bin jetzt mal gut dass ich immer bevor habe ich die türen immer zu gemacht wie sonst was und jetzt ja jetzt geht es für alle diese scheißplatten so was bräuchte nicht brauche stein für mein dach ja aber was brauche ich die denn mal haben wir im lagerhaus haben wir hier mache ich dann flach doch jetzt einfach drauf was haben wir im lagerhaus weil ich gerade aus was ich meinen dach mache ja weiß doch ich mich werde ganz cool ich habe hier noch oben holz herkommen oben holz und generatoren habe ich auch noch genug also das dürfte reichen das reicht so dann bei ihm das dach zu ende und dann seht ihr mich erst mal der zeit lang nicht mehr wieder hier nach oben wollte ich habe ich erde dabei wo ich mich hoch bauen kann ich denke mal nein immer fackeln anbringen nach es brauchen die noch monster meinem haus ja wenn der f7 drückstand sie wo monstros bauen können noch nicht und ich habe natürlich keine erde dabei egal wo es war das da hat jemand wo das fenster auf einer von autos lag ja ich glaube ich mal sind 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 haben wir irgendwo drin fünfsten und dann behindert war ich gut aus aber immerhin bei euch das ich brauche ich kann gleich mal meister weiter rangehen da müsste ja noch einiges drin sein als solch ich habe ein glas vergessen zu setzen ich habe jetzt habe ich schon noch klärt in der letzten höre ich nicht ja zumindest meine ja meine hast du nicht ranzugehen jetzt mal gucken ist besonders hässlich aussieht also so sie richtig kacke aus hier ja noch mehr kopf zum glück so gefällt mir das körper dürfte ich jetzt wird doppelt so viel haben wie eine aufnahme wo ich so in den ofen geschmissen an die weiß ich habe jetzt schon durch brennen lassen ich habe die gar nicht alle in meister reingehauen okay also guckten ob ich noch aber 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 haben nein kein aber die stehen aber mehr da klasse wachzeug 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 das muss man immer ein hässliches zu ende ich muss mal kurz ein bisschen bäume fällen gehen auch los noch dass er weil ich finde meine körper will die kreis noch zu ende bauen aber die hat ja letztes mal nicht so ganz wollen und ja und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert im single player und dann ja sie will strom motoren jetzt weißt du wie es geht was mehr strom aus ja ja ich hab zu wenig gemacht nur noch mal runter ich baue mir um eben eine werkband hin die ich dann nachher mitnehmen weil ich da hinten eh eine fliege in der luft fliegt in der luft hat gesetzte meine workbench habe sie erst richtig gesetzt oder ich wollte sie erst richtig setzen habe ich mir gedacht nee ich wusste doch dann war es doch richtig oder erst noch richtig gewesen alles klar auch sogar noch mehr das ist ja ich weiß ich dürfte mal ein stück weit reichen da so euch das dach jetzt einfach was falsch ich hält wo wollte ich hab zu wenig gemacht war ja klar so klatsch so moment ich kriege mal gerade besuch doch noch nicht kann man überlegen was wir alles braucht ich brauche dann mein dach ist fertig runterkommen ohne zu sterben ja ich bin an die liane dran gespür kein schaden erlitten so mein schönes hässliches dach ist fertig das ist schön oder hässlich und hässlich bin ich schön oder hässlich ich bin es ja ganz schön hässlich da ist noch aluminium pulver drin gewesen ja kommen da euch eben da ist was ich bisschen kann ich ja schon mal mit dem eisen nehme ich mal ein stack mit den eisen tue ich bs vergreift sich einer an meine sachen wenn ich weg bin was für ein eisen gold aluminium aber auch nur aluminium staub warum hab ich eigentlich ach fuck ich hab geil das eine habe ich auf mein rubber reicht mir wo ich gefarmt habe ähm brauchst du welches nee ich hab ja hinten die bäume stehen ich gehst und halt farmen ich hab auch keins mehr doch 42 sogar schon gegrillt wenn du willst nee ich hab durfte glaube ich genau ähm gut dann mach ich mir mal noch eine könnte immer eben eine doppeltruhe die nehme ich ja für alle die sich fragen was ich jetzt vor habe das selber nicht bett nehme ich mit bett nehme ich mit oh 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 jetzt habe ich es verraten man essen habe ich vielleicht nehme ich noch ein paar sachen so erde wollte ich noch mitnehmen so ein bisschen ja nimm alles nicht ne ich nehme nur das wichtigste mit gradet nie 4 x 3 gibt 12 wa was 4 x 3 sind 12 ja ja ich kann rechnen so ein brauche ich nicht was ich mir noch machen ja nichts mehr was sagte ich was du tschüss oder was ist ja tschüss ich weiß noch nicht wo ich hingehe werdet es aber sehen weil wir das jetzt alles hier wie es ist weil ich finde momentan das was ich hier die ganze zeit gemacht habe hier ein bisschen das haus bauen das was uns so schön aussieht diese raketenturm diesen stall und das elektrische das ist mir ein bisschen egal für mich ist es mein kraft ich will was bauen daher ich werde mich jetzt von den leuten hier verabschieden habe ich ja gerade und irgendwo hinrennen und ordentlich ein kleines dorf bauen so ein paar häuser und sowas halt aber ich weiß noch nicht genau wo brauche ich da eine ziemlich große wiese am besten dafür hier ist das scheiß labyrinth da habe ich keinen bock drauf auf das labyrinth ich hätte mir ein boot mitnehmen sollen warum bin ich letztes mal so weit gegangen hier ist ein schwarzes schaf mal dahin hast du da noch an der kreide beschäftigt oder was ja ja wir hingedüst keine 1000 meter da bei euch da war doch die riesengroße fläche oder nicht eigentlich an erde und so große wiese sowas suche ich nämlich gerade eigentlich aber da will ich ja nichts hinbauen ihr wollt ja dann nur die wir haben wo wollen wir nur die curry haben ja bei eurer großen fläche oder äh so groß ist die wiese da auch nicht da ist mehr ja ne da haben wir uns eine query gar nicht wo die große wiese ist ach so ja ich suche nämlich eigentlich so richtig große wiese eigentlich so die auch ein bisschen höhen unterschiede hat und sowas vielleicht noch im berg da dran dass ich was in berg bauen kann und so ja aber das muss erst mal suchen hier sind ganz viele schafe übrigens auch wenn ihr wolle wollt könnt ihr meine schafe gerne vermählen und die scheren ja jetzt wenn ihr wolle braucht habe ja jetzt dafür bei mir die könnt ihr dann vermehren und scheren weil hier schon mal der dschungel wenn ich dadurch komme kann ich glück haben dass ich da irgendwo hinkommen wo ich hin will eine sehr gute aussage ich habe gestern übrigens mal den ts missbraucht ne was mein ts ja den ts missbraucht gestern eine runde gilt was zwei gespielt und dann hieß das opfer mit ts wollen habe ich gesagt hab ein dann waren die einfach mal so ein paar leute auf dem ts aber dafür ist er ja da oder nicht ich wollte es gerade sagen dafür ist er da zehn leute können hier so drauf ne ja ja wir waren insgesamt fünf ja naja es macht die sache einfach einfacher wenn du dich ähm ja es macht die sache einfach einfacher einfach einfacher einfach einfacher ja weil einfach 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 ist naja es macht die sache echt einfacher wenn du dich wirklich absprechen kannst ja es wird den will ich nicht wenn ich den abholzen würde hätte ich erstmal 500 stecks im dschungel hier sind übrigens auch ganz viele schafe also falls noch einer braucht naja cool aber nehmt euch bei mir raus ne wolle bräu momentan eigentlich nur für bergbau rucksack nicht auch nicht ich frage mich gerade nur weil ich die vier tinten gepackt habe ich überlege ob ich hier nachher beiden sachen mit einem portal verbinden sollte hier ist ein blauer baum und ein roter baum da sind schweine wir sind ganz viele bunte bäume genau hier sind wir ja diese zahnbürsten bäume ach herrlich eine weltreise die ist lustig die höhle sieht ganz die höhle mal in diesen alter ich bin gerade runtergefallen ich war gerade noch am gucken sehen wir noch eine schlucht unter mir und dachte komm rennst du rein und schreit mal nein ich bin auch so rein gerannt aber ich habe kohle gefunden und